So Leute, sind wir beim nächsten Spiel. Ich hab den Dorme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UB Storm gegen Lance. Ja. Sehr, sehr, sehr interessantes Matchup. Storm ja traditionell sehr weit vorne gegen Lance. Zumindest Game 1 und Game 2 nur noch so ein bisschen vorne. Ja, Game 2 ist dann halt Sideboard. Ja. Ich muss zu meiner Schande einmal ganz kurz gestehen, man sieht ja, es ist Live-Gameplay aus dem Laden und ich hab tatsächlich beim Live-Gameplay im Laden vergessen, die dicken, großen Würfel mitzunehmen. Deshalb, ihr habt das letzte Woche ja schon gesehen, da war dann ein Handy auf dem Tisch, was die Live-Points angesetzt hat. Da war ich intelligent genug, in der letzten Runde zu fragen, ob jemand das machen kann. Dementsprechend machen wir das jetzt nachträglich und haben hier unsere Finger. Also, wenn ihr da seht, dass da irgendwas passiert und das nicht da passiert auf dem Fernseher, genau. Dann ist das so, ja. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Ich denke, aber das ist auf jeden Fall für mich wesentlich angenehmer, wie jeden Ding einzeln zu machen. Ja. Lance, ganz normales, stinknormales. Lance a la Red-Green-Land-Control mit Live-And-Lum und Ähnlichem. UB Storm schon ein bisschen besonderer. Ja, UB Storm gibt's oder kommt auch noch und Deck-Tag zu. Halt einfach wirklich ein UB Storm, also ohne Rot. Man gewinnt pur bei Tendrils. Keykarte da drin tatsächlich, peer into the bus. Also man zieht sein halbes Deck und man geht dann her und verliert die Hälfte seiner Leben und beides aufgerundet. Und ja, dann hat man halt sein halbes Deck auf der Hand. Damit gewinnt man, glaube ich, mit fast jedem Deck. Außer man spielt Lance. Ja, Lance hat dann halt auch manchmal einfach das Problem, dass das, ja. Nichts tut. Nichts tut. Besonders Game-Eins. Ich habe gehört, aber Nagel ist jetzt besonders Premium. Ja, ja, gegen ein Deck, was keine Kreaturen hat. End of Term Brainstorm hier, ich weiß, einer deiner Favorites. Ich bin immer noch nicht begeistert davon. Ich finde End of Term Brainstorm immer noch so schlimm in der ersten Runde, weil es halt einfach, du musst halt eine der doofen Karten behalten. Ja, aber wenn du eh nur noch ein, zwei, gerade im Storm, wenn du nur noch ein, zwei Karten suchst, je nachdem. Ja, aber die Hand sah schon nicht gut aus. Die Hand sah vorher schon nicht gut aus und die Hand sah jetzt so jetzt immer noch nicht gut aus. Du hast Brainstorm, Ponder, du hast noch mehr. Und wenn du jetzt Ponderst, ja, ich weiß nicht. Immer noch keinen Fan, ich hätte es lieber gefunden, so an einem Turn kann, mehr Karten sehen, mehr Karten wegdrücken. Force of Negation und Dual Riss. Ja, aber vorher Force of Negation gegen Lands. Ist das relevant? Ja, ne. Sideboard eventuell. Ich wollte gerade sagen, Crab Rotation in Dobuyukabok, aber UB Storm geht ja gar nicht über den Friedhof. Nö, gar nicht. Das ist das Schöne da dran, du rödelst dir pur einen in deinem Zug ab und dadurch nur mit deiner Hand Gartner. Wenn man die Hälfte vom Deck auf der Hand hat, dann brauchen wir halt auch keinen Friedhof. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja gut, ist die Frage, ob man ja schaffelt. Ich würde den, glaube ich, schaffeln. Ich finde die alle drei gar nicht. Der könnte relevant sein, aber ansonsten. Ich wüsste nicht, was du im Lands mit Durace treffen möchtest, was der jetzt nicht einfach gehettet hat. Ja. Ja, wird ja auch gemischt. Auf jeden Fall, weil Hate-Karten hast du halt gegen Kreaturen eine Menge im Lands und auch gegen Planeswalk und ähnliches. Aber halt gegen... Du kontrollierst im Lands halt das Board. Genau. Und da du im Ubo-Storm einfach kein Board hinlegst, ist das schon ziemlich gut. Okay, man kann das Durace halt auch einfach zehn wieder. Dann würde ich es hier fast schon feuern einfach, weil man es kann. Weil man es kann. Vielleicht kriegt man beim Gegner was. Kann man dann, glaube ich. Ja, das ist natürlich so das Durace, was dort zwei Leben. Ja, das ist korrekt. Auf der anderen Seite hier Lands mit einer echt guten Hand gegen alles, was nicht Storm ist. Ja. Also hätte ich Delver gespielt... Ja, das wäre richtig gut gewesen. Delver weghalten, immer noch Punishing Feuern, relativ schnell Maritlage. Ja, wobei das Groove of the Burnwallos ist halt noch nicht auf der Hand. Das ist korrekt. Man hat aber auch jetzt in ein paar Zügen Maritlage. Stimmt. Und Storm ist jetzt nicht so bekannt dafür, Wasteland zu spielen. Nee, oder irgendwelche Bouncer oder irgendwelche anderen Dinge. Dementsprechend, ja. Ich bin mal gespannt. Auf der anderen Seite, Lands kann hier halt auch, ja genau, mit ein bisschen Mana Acceleration ziemlich schnell nächste Runde einfach Maritlage machen. Nächste Runde nicht. Doch. Nee. Natürlich. Ich mach keine Fespians Deutsch. Ja gut, aber er hat ja noch einen Land Drop. Ja, den hat er jetzt gehabt. Ja, nächste Runde Maritlage, sag ich doch. So, ja. Also, ja. Nächste Runde Maritlage, also das ist schon... Nächste Runde Maritlage heißt bei mir, der liegt nächste Runde und kann angreifen. Nee, angreifen kann er nicht, aber er liegt nächste Runde. Da war auf jeden Fall ein Tendrils, ein Duras und ein Thorzies. Ja, man hat halt jetzt noch eine Runde, ne? Die brauchen wir auch. Ja, ist korrekt. Also mit Storm machen wir euch auch schon ganz oft einfach mit, ja, ich bin dead on board, es sei denn gewonnen. Ja, das ist halt meistens so. Ja, UBS Storm ist halt nicht so schnell wie ANT oder vor allem wie Tess. Aber auf der anderen Seite sind auch die Angriffsmöglichkeiten. Tess versucht ja zum Beispiel über Goblins zu gehen oder über den Friedhof und ähnliches. Ja. ANT hat halt das Problem, dass einfach mal selber sterben kann und so weiter. Und das hat das Deck alles nicht. Dafür ist es ein bisschen langsamer, aber auch konstanter. Das ist ein sehr interessantes Deck. Ich finde es ein bisschen noch strange, Lands ohne ein anständiges Basic-Land zu sehen. Weil ich bin das gewohnt, dass Lands-Spieler... Ja, die holen immer ein Guruland aus. Ein Guruland rein. Und das hier ist so die Budget-Option für einen Land von einem Lands. Ja, das ist halt aber, wenn man jetzt überlegt, die Stadt Lands mittlerweile bei wie viel ist? Ich glaube 10.000. 14, glaube ich, aber 15. Oh, das stimmt, Alter. Ihr könnt das nachgucken, weil die Turniere wurden bei Fishkill Series ja hochgeladen auf NG Goldfisch. NG Goldfisch, NG Top 8. Ja. Ich glaube, Christian hat sogar... War der über mir oder war der unter mir? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was er mit dem Tabernake gespielt hat. Über mir war Freddy. Genau, ich weiß, was er mit dem Tabernake gespielt hat. Jo. Und, äh, ja. Ich glaube, es ist immer noch günstiger als das, was er davor die Woche gespielt hat. Ja, da waren ja zwei, äh... Genau. Okay, hier macht man eine Thespian-Stage, kopiert eine Winsel. Glaub ich. Okay. Warum auch immer. Ja, dann legt man jetzt hier mal die Lage. Ja, also man legt nächste Runde tot. Ja. Und sagt... Go. Dann wird gefetscht. Mehr Damage. Mehr Damage braucht das Land. Na, richtig. Ja, Marit Lager, nächste Runde 2020. Wer es nicht kennt, man kopiert mit Thespian-Stage einfach Dark Dabs und hat eine Legendenregel. Dabei nimmt man das Original Dark Dabs und legt es zum Friedhof und hat dann auch noch einen Dark Dabs ohne Marken. Dadurch triggert das Dark Dabs. Genau. Ja, Christian hat ja auch keine Marken auf das Dark Dabs gelegt. Ja, jetzt wird direkt getriggert. Das wäre voll nice. Ähm, Andaro... Ja, ansonsten... Die Hand von Christian von Tetalone ist so viel von Lance. Nee, nee, Lance macht hier einfach gar nichts im Endeffekt. Außer halt sagen, nächste Runde bist du tot, tu was. Ja, ja. Und Storm muss sich halt... Kill me now. Ich glaube, da waren sogar zwei. Ja, das kann gut sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hat man noch einen Land Drop. Oder man zündet einfach das Petal. Ich glaube, jetzt wird auch gesagt, Storm ist eins. Ja. Das ist immer so das Schönste, wenn die Gegner dann gesagt bekommen, Storm ist eins. Ja, du hast auch keine Karten mit, oder? Für Storm. Hast du dafür schon Karten? Okay. Ich benutze die Länder als... Ja, das geht. Gerade mit den Ländern natürlich hier richtig, richtig schön mit den Zügeläherdingern. Die sind echt nice. Ich bin halt mal gespannt, wie cool die anderen aussehen werden in Real. Welcher? Achso, die mit... Die komplett Full Art... Wurde kein Mann dafür bezahlt. Ja, das glaubt, das wird jetzt gerade gedängelt. Ja, genau, die Full Art aus Midnight Hunt. Ja, wobei da stört mich echt, dass die Swampspickle da sind. Ja, das stimmt. Da hätte man einfach sagen können. Ja, hier geht man auf acht. Acht? Minus zwei plus drei gibt acht. Und... Storm drei. Ja, Peerentude biskosten. Sieb. Ja. Ja. Das, äh... Storm vier. Storm vier. Man geht auf ein schwarzes Mana und zieht Hubs ein Leben und kriegt... Ja, das sind dann, äh... Geht man auf neun. Geht man auf neun und kriegt halt die Hälfte vom Deck. Was in so einer... Ja, aufgerundet. Beides aufgerundet. Was halt sehr interessant ist, wenn man auf ein Leben ist, stirbt man, wenn man das Peer spielt. Ja, deswegen. Peer mit einem Leben zu spielen, ist halt irgendwie schlecht. Aber man kann halt vorher auch einfach mal so ein Sandrits zünden. Ja. Und dann das Peer nochmal... Ja, ich glaube... Ja, ich glaube... Was macht das Ding? Was macht das Ding? 19, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. 22 anzuziehen. Kann man mal machen. Für neun Leben. Ich finde das fair. Aber auch sieben Mana. Ja, aber mach das mal mit Abnoseo. Ja. Ja, hab ich auch schon. Ja. Dark Rit. Drei Mana. Storm ist fünf. Äh... Was haben wir da noch? Noch ein Rit. Ein Cable Rit. Haben wir noch ein Dark Rit. Da ist noch ein Dark Rit. Ja, da ein Dark Rit. Storm ist sechs. Äh... Dann hat man fünf Mana. Yes. Äh... Dann... ...Petal. Storm ist um sieben. Sieben, ja. Dark Rit. Fistorm acht. Acht. Ja, dann hat sich das auch schon gegessen. Da war ja noch ein Cable Rit dabei. Ja. Ich denke auch, dass es hier durch ist. Ist immer normal. Also gerade gegen Storm ist Lens in der ersten Rit. Und überhaupt nicht gut aufgestellt. Narenboarden wird es halt besser. Also du kannst halt bis zu 15 Karten teilweise in manchen Sideboards reinschieben. Ja, ja, das ist halt... Gut, hier. Ich glaube, Endurance wird gespielt. Ja, okay, Endurance, ähm... Ja, das war ja gerade noch so... Das ist ein Tendrils, oder? Ja. Nee, auf jeden Fall. Endurance macht, glaube ich, nicht viel. Weil den Fidu-Freien Mischen ist nicht so relevant für dich. Aber, ähm... Auf jeden Fall Hate Pieces wie... Sphere of Resistance. Ja. Alles macht alles. Teilweise sogar Trainingsphäre, Chalice. Alles relevante Sachen. Alles macht alles eins teurer machen. Generell teurer machen. Und das Chalice auf eins ist halt... Ja, genau. Und dementsprechend vom Sideboard her... Ich weiß nicht, was bei UBS Storm jetzt reingekommen ist. Äh, Bouncer. Ja, beständig. Bouncer für Artefakte und für mehr Artefakte. Ja, und wahrscheinlich... Die sind die Counter rausgegangen. Von daher... Ja, das stimmt. Die brauchst du auch nicht wirklich. Ja. Und Karakas ist wahrscheinlich drin. Oh ja, stimmt. Karakas reingebordert. Richtig cool. Macht Lage. Ja, haben wir Mulligan? Wir haben Mulligan. Da ist ein Rechardenport. Da ist eine Grove of the Burn Willows. Ja. Eine Grove of the Burn Willows. Und... Boah. Schwierig. Hm. Ich habe bei UBS Storm jetzt gerade nicht aufgepasst. Wer es gesehen hat, ja, das Tendrils ist etched foil. Nein, das hat man nicht gesehen, wenn man dieses Edge-Folien von den Dingern nicht sieht. Ähm. Gut. Ansonsten, was haben wir da? Ein Fortis. Land. Jetzt ist die Frage, welches. Bei denen sieht man dort nicht wirklich. Zwei Petals. Ähm. Was hat man da noch? Ein Preordain wahrscheinlich. Ja, das ist ein Preordain. Die blaue, nicht volle Art Karte kann nur ein Preordain sein. Ja, kann nur Preordain sein. Oder die Packs. Und die Packs sind nicht mehr drin. Ja. Ja, und die Packs haben... Haben die die Horizon? Nein, die innere Border haben sie nicht. Ja, ja, doch. Klar. Stimmt, ja mal. Ja, ja, klar. Ja. Ja, dann hier. Fetch. Schock. Ach, warte. Fetch. Schock. Death's Shadow. Ja, genau. Go. Ha, wunderschön. Schönen Schock. Zeig Fetch auf Dual. Und keine Black-Border-Duels. Also, jetzt mal Shoutout an unseren Lernspieler. Da ist noch viel Luft nach oben. Ja, wir haben einen anderen Lernspieler, der auch viel Luft nach oben hat. Der hat aber, glaube ich, das Tabernakel in Italienisch. Und ich glaube, hier dieser Lernspieler hat das Tabernakel in Englisch. Ja, und der... Ich glaube, das macht so den Preizunterschied weg. Wir müssen nicht zusammenschieben. Der eine hat Guruland und Black-Border-Duels, der andere hat einen englischen Tabernakel. Ja, das stimmt. Uh, Exploration mit Land. Das kann natürlich... Das kann richtig schön werden. Das ist eine Insel-Brainstorm. Das ist Brainstorm. Eins, zwei, drei. Auch hier hätte ich wahrscheinlich wieder, wenn das wirklich ein Pre-Ordain war, das Pre-Ordain gezockt. Ja, wenn du keinen Fettstand auf der Hand hast, hast du aber einen Brainstorm-Lock sonst, wenn du nur Kacke oben drauf hast. Das ist die Argumentation, warum du einen Pre-Ordain spielen solltest. Nee. Klar, wenn du keinen Fettschland hast, hast du einen Brainstorm-Lock. Bei Pre-Ordain guckst du dir zwei Karten an, legst sie drunter und ziehst eine Karte. Äh, ja, ich würde aber deswegen trotzdem den Brainstorm vorher spielen. Bei Storm normalerweise nicht. Storm ist bei sowas zu gefährlich. Und, okay. Ja gut, hier wird natürlich gevaluet, dass der Gegner ein Hate-Piece haben kann. Ganz klar. Das ist für Resistance. Ja. Weil die könnte in der nächsten Runde nicht gekommen sein. Ja, ist vier Bär gekommen oder selbst Trainings-Sphäre in der nächsten Runde kommen können. Ja, kostet zwei Trainings-Sphäre. Drei Runde davor, meine ich. Ja, also Trainings-Sphäre Klarheit auch kommen können. Ja. Ähm... Hier wurde nicht gedredged? Okay. Krass. Hier hätte ich auf jeden Fall gedredged. Port? Aber ich glaube, hier sucht man nach Hate-Pieces. Pistis, Pistis, Pistis. Fetchland. Fetch. Pre-Ordain. Ähm... Ja. Fetchland, Fetch, Pre-Ordain. Würde ich wahrscheinlich auf ein Null gehen. Ja. Und noch minus zwei wegen Farsis. Stimmt. Ähm... Ja, ist die Frage. Ja, musst du wahrscheinlich sogar. Ja. Obwohl, du hast noch ein Paddle auf der Hand. Ja, aber du gehst aufs Duel, um genau zu sein, damit der Gegner halt das wegmacht und du mit dem Paddle und der Insel dann alles Mana hast. Ja, ja, weil... Ja, okay, wenn er halt ein Boysland hat, dann hat er halt alles. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber du willst halt hier eine Insel haben, damit du jetzt Pre-Ordain spielen kannst. Und, naja, wenn du Glück hast, dann kannst du dir auch einen Landrop finden. Mhm. Ja, Landrop. Und Peer. Nö, äh, äh... Das ist jetzt die Frage. Top-Boddem oder, äh, Top-Top? Mit dem Paddle auf der Hand? Ja, Paddle und einem Ritual, was ganz nett ist, aber man hat auch einen Solve auf der Hand. Ja, man zieht das Land ja jetzt eh noch. Könnte das einfach spielen, ohne zu Fetchen? Ja. Ja, also... Man hat eins, zwei, drei, vier im Friedhof, fünf im Friedhof, sechs mit dem Fetch. Sieben mit Paddle. Sieben mit Paddle. Geht dann auf drei, vier, fünf, sechs, sieben Mana und hat damit genau sieben Mana für Peer. Ja, und man hat dann... Immer noch einen Landrop offen? Ja, nächste Runde. Und hat dann noch einen Paddle. Ja, legt auch beide oben drauf. Ja, beide oben drauf, dann legt man das Land. Äh, nee. Ja, Landrop war ja schon. Landrop war schon? Ah, stimmt, weil der andere, ja. Ja, dann kann man aber nächste Runde auf Land legen, dann muss man halt ein Paddle nachziehen, aber es sind ja noch zwei drin. Wenn er die Hälfte von seinem Deck zieht, ist die Chance, dass man abends sein kann. Es sind nur drei Paddle drin. Ah, nee, eins wurde ja schon geknackt durch. Das ist klar, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, und man muss halt mit einem Mana-Meniger rechnen, wenn der Gegner Port offen lässt. Da war jetzt... Wurde das kurz zurückgenommen? Weiß ich nicht. Na, 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 wir sind ja auf Rules Enforcement Competitive. Hier wird nichts zurückgenommen. Okay, hier wird doch zurückgenommen. Das so aber nicht hier. Oh. Ja, okay, da geht man halt für den Kill, ne? Ja, klar, geht man so für den Kill, aber eigentlich ist das nicht richtig. Egal. Lassen wir es erstmal so, es ist jetzt natürlich richtig Druck aufgebaut worden. Ja, okay, auf der anderen Seite weiß, mit der Storm-Spieler halt nächste Runde ist im. Ja, es sei denn, du hast wirklich beide Paddle in der unteren Hälfte. Das ist dann natürlich doppelt bitter. Das kann passieren. Ja. Ja, da muss man jetzt halt mal kurz Mathe machen, ne? Ja, Mathe machen ist schwer. MM. Das ist halt ätzend. Ja, fünf, sechs, sieben. Man geht halt wirklich auf sieben. Man kriegt genau sieben Mana zusammen. Man hat keinen Land-Drop mehr. Es muss das Paddle sein. Ja. Krass. Auf der anderen Seite halt. Es gibt auch, glaube ich, sonst keine anderen Mana-Sachen, die man wirklich spielen könnte. Ein Mox, aber. Achso, ein Chromox. Ein Chromox, ja. Frage, ob es das wert ist. Das ist halt die Frage, da müssen wir mal evaluieren, wie oft man wirklich das Paddle hat. Und wie oft man das wirklich dann auch benutzt, um ein Thorntis zu spielen. Ob man wirklich ein fünftes braucht, einfach nur, um sich offen zu behalten für den Peer-Zug. Das wäre echt eine Idee. Ja. Ja, das wäre der Punkt. Auf der anderen Seite halt, start halt die dunkle Tiefe dich an. Ja, das ist jetzt gerade wieder wie eben. Ja. Bring mich um oder ich bring dich um. Richtig, richtig. Und das ist genau der Moment, wo er als Storm-Spieler einfach alles entgegenschmeißt. Er schmeißt einfach alles an die Wand. Und wie eine gute Nudel, wenn es durch ist, bleibt es hängen. Ja. Das ist halt einfach so. Und ja. Ja, ansonsten kommt es wieder zurück. Ja, genau. Äh, ja, Storm ist eins. Storm eins, sieben Mana. Ich sag mal, wenn du jetzt keine Paddle ziehst. Als Storm-Spieler. Ja, natürlich. Dann hast du natürlich verloren. Aber dann gehen wir halt in Game 3. Was immer noch okay ist, weil du halt immer noch vorne liegst. Boah, vor allen Dingen hättest du, wenn das Karakas im Board ist, drin, könntest du und du hättest den Land Drop noch. Okay, dann wärst du durch. Dann wärst du safe durch. Ja, wenn du den Land Drop noch hättest, wärst du bestimmt mehr als du safe durch. Es sei denn, du hast alle vier Dark Rids und alle Paddles untermain. Und würdest mit dem Brainstormer dann nichts tun. Also du hättest dann theoretisch immer noch die Möglichkeit, den Marit Lager zu handeln. Ja. Für eine Runde. Ja. Da wird jetzt gerade durchgerechnet. Ich berechne den Braumer gar nicht. Man muss es jetzt einfach machen. Ja. Storm ist halt nicht so einfach tatsächlich. Ah, ich glaube, da wurde noch überlegt, ob man mit dem Solve, der Equally. Mit dem blauen Spell sich noch was tutoren kann. Um mit einem Mana Plus rauszukommen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Weil das einfach hat die... Doch, es funktioniert. Du gehst jetzt hin, bezahlst ein blaues und zwei von den... Also du kriegst natürlich jetzt schwarze vom Stück. Dann bezahlst du ein blaues und zwei. Ja. Ach nee, jetzt zahlst du fünf Mana, kriegst fünf Mana, nee. Ja, ja, genau. Nee, ist nichts, ist nichts. Cyclest nur deinen Storm künstlich hoch. Richtig. Auf der anderen Seite cyclest du deinen Storm künstlich hoch. Ja, das kannst du aber in der Theorie danach... Nicht, dass du es bräuchtest. Nicht, dass du es wirklich bräuchtest. Jetzt wird noch Mathe angeschmissen. Nee, ja. Einmal durchrechnen, einmal die Hälfte in die Hand nehmen und dann wirklich... Im Endeffekt ist das so ein Ballsy-Move, wo man das Ding einfach umdreht und sagt, Paddle ja nein, Paddle nein. Ja, ja, das war... Das ist dann auch wirklich so dieses... Du guckst einfach den Stapel durch, ob du verloren hast oder nicht. Ja, ja, genau. Und dann weißt du halt noch nicht mal, ob du gewonnen hast, wenn du ein Paddle hast. Ja, ja, das stimmt. Das musst du immer noch die Dark Reds in Säure da finden. Ja, Dark Reds war ja zum Glück keins gespielt bis jetzt. Das heißt, die Chance, dass du eins ziehst, ist wesentlich höher. Ja, Dark Red ist da oder auch die Reign of Fift, die er auch zum Beispiel... Da ist auf jeden Fall ein Dark Red. Da ist auf jeden Fall ein Dark Red. Da ist ein Dark Red. Da ist ein Storm, Reign of Fift, Tendrils, Brainstorm... Dark Red, Dark Red, Dark Reds. Da ist ein Paddle. Da ist ein Paddle. Uiuiuiuiuiui. Dann war es das doch, oder? Ich glaube... Ich weiß jetzt nicht, was Lance drin haben könnte. Doch, Lance könnte einen... Da wird doch schon... Ja, da wird schon surrendert innerlich. Ja, man weiß ja noch nicht, wo man den Storm zusammenkriegt. Doch. Doch, doch. Also wer die Hand gesehen hat, weiß, dass er den Storm zusammenkriegt. Man will ja die Spannung hochhalten. Ja, gehst du auf 5, gehst du auf 8. Ja, okay, da sind ja noch Dark Reds. Da sind Dark Reds und Kabal Reds. Ja, das ist... Storm ist, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 7 oder 6. 1 zu 6. Dann 7. 7. Dann können wir theoretisch noch den Reign of Fift einfach droppen. Yes, man hat genug Mana. Da kommt noch ein Kabal Red. 9. Wind und Tendrils win. Tendrils. Ja, 2-0 Lobby Storm. Lance ist halt nicht so gut aufgestellt. Vor allem, wenn man keine Hate Pieces zieht, ist es halt nicht so geil. Aber gut. Aber gut. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ich sage, ciao, ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020